Du Hosenträger, komm, Folge 12, oder? Gehen wir in Folge 12 rein, Leute? Einmal ganz kurz an dieser Stelle nur möchte ich Danke sagen, dass wir hier noch über 100 Zuschauer sind um 1.18 Uhr in der Woche, geisteskrank. Danke auch nicht alle, ich bin gespannt auf Folge 12 und ich hoffe, dass Shakuza, das Kurdo, das Massiv mit Opferfest und das Bushido drin vorkommen. Das wäre mein größter Wunsch. Okay, man merkt jetzt halt schon, das ist Folge 12. Es ist jetzt schon nicht mehr ganz so einfach, so die richtig, richtig bekackten Lines zu finden. Mit dem Bild eingebaut, trotzdem einfach lustig. Und höre Justin Bieber. Es geht nicht um Perfektion, aber darum besser zu kehren. Nicht besser als der Rest, sondern besser als du selbst. Ein paar Sekunden später. Schneller, besser und stärker als der Rest. Congratulations, you played yourself. Ja. 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 Alter, da haben wir massiv, zwar nicht mit Opferfest, aber mit einem anderen, so einem Denkanstoß auch einfach so, weißt du, ich bin nicht rassistisch, ich bin nicht antisemitisch oder so, ich bin online registriert, ich zock FIFA, das ist ein neuer Problem, King. Entweder Islamist oder Antisemit, ich bin keins von beiden, ich bin online registriert zum FIFA-Spiel. Was sagen sie zu den Vorwürfen, dass sie für den islamischen Staat mit einem Sprengsatz 93 Menschen getötet haben? Kann nicht sein, ich bin online registriert zum FIFA-Spielen. Okay, Freisport. Oh man, der ist so gut, das ist so gut. Ich bin online registriert zum FIFA-Spielen. Okay, Freisport. Das war damals Weekendly. Alles ändert sich, doch niemals Kaffees Qualität. Ich hab noch 1000 Euro übrig, meine Tochter will einen Hund mit der Bankkarte gezogen und auf einmal war sie weg, aber ist mir scheißegal, die Nacht war einfach zu perfekt. Der Staatsfeind Angel Hart auf der Pirsch, dieser Junge fickt dich in den Arsch wie ein Hirsch. Ey, das ist einfach, Bushido ist auch einfach, das kann einfach nicht wahr sein, das darf doch nicht wahr sein, was? Das war scheiße. Krank. Kuh auf dem Dach, Arsch wie ein Hirsch. Das ist auf jeden Fall ganz wild. Wisst ihr, ob es hier noch einen gibt, einen 13er? Oder war es das tatsächlich? Best of 2020, wollen wir das noch gucken? Okay, geil, machen wir. Also es ist schon wieder schön. Wir legen mal los. Gleich go! Oh, ich finde das noch Luft nach oben. Du packst aus bei den Bullen, zahllose Seiten, du singst so viel, dich sollte ein Piano begleiten. Das ist für die Diebe, für die Stadt Banditen. Wir sind wach bis sieben und stapeln Riesen. Das ist für die Diebe. Bei immer dankbar zu sein, denn dieses Leben ist kein Liebesfilm. Auf Amazon Prime. Jetzt. Alle runter auf den Boden, wenn er losballert. Macht noch halbe Scheibe Käse auf mein Toastlader. Das ist wieder Death Note, oder? Das finde ich sehr sympathisch. Halbe Mille vertickt an Liquid, als er ist nichts. Also bitte, wenn ich mit Rap, dann mit 100 anderen. BUNISIS. Bitch, du machst auf KDB, mach mal lieber Cardio. Ja Mann, alle wollen mich beiten, aber macht ja nichts. So als wäre ich in den Topf gefallen wie Asterix. Ja, da hat jemand was verwechselt. Ja, ich bin ein Ausländer. Hä, bin ich jetzt kriminell? Ein paar Sekunden später. Ein Wort über Mama und das fällt ein Schuss. Ja, was soll ich sagen? Dein Cousin, dritten Grade, saß im Bau. Wow. Du liest manchmal Goethe oder Faust. Wow. Faust ist von Goethe, dicker. Wow. Das ist aber auch geil. Ja, ich lese Mozart. Sehr passend. Wow, Chayas, die ihr kennt, sind hässlich. Wow, Chayas, die wir kennt, sind lesbisch. Very sad news to tell the sports world. Five time NBA champion, former league MVP Kobe Bryant died earlier this afternoon. So much of the world is just in shock and disbelief. Bryant war gestern bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Kobe Bryant, luxuriöser Schlitten. Nachts im Hinten, gib ihr Doggy Style von hinten. Du Ehrenloser. Pass mal auf, du kleiner Bastard. Ich habe Parmesan auf meine Pasta. Wow. Sehr starker Schreiber. Was? Bitte lasst Chacusa die Eins sein. Bitte. Pass mal auf, du kleiner Bastard. Ich habe Parmesan auf meiner Pasta. Ich auch, aber ich auch auf jeden Fall. Krass. Sehr stark. Die Albträume nehmen mir die Lust. Ihr könnt nix außer mit dem Finger auf mich zeigen. Schweiz macht Druck bei einer Mutter, die alleine ist. Die ganze Welt ist gegen mich. Shut up, Bitch. Oh my God. 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 F steht für Vögel, deine Bitch, komm ins Kondom. Oh my God. Oh my God. Das ist ein Remix. Das ist ein Remix. Überkrass. Ach, Best of 2020 hat noch einen zweiten Teil. Gut, dann geben wir uns den zuerst. Ja, ja, okay, okay. Ist ja gut, Leute. Bitte, bitte. Nee, aber der Huber-Bubber-Mann hat 2020 gar nichts released, oder? Oh, es wäre so geil, wenn Chacusa nochmal drin wäre oder massiv. Okay, Chacusa hat released. Geil. Wir gucken mal, ob er hier dabei ist. Und jetzt vom Vorn eine Nacht drehen wieder. Fick, pick, guida, ich zieh wieder. Fick, pick, guida, ich zieh wieder. Danach bin ich dick und fett. Die Pumpillen sind roter als Mr. Crap. Man merkt halt trotzdem schon im Vergleich jetzt zu den ersten ein, zwei Folgen, dass das Niveau dieser Wacken-Lines einfach jetzt nicht komplett gehalten werden kann. Der hat ja nun jetzt auch schon echt zig Folgen. Aber die Einspieler sind dafür halt immer auch trotzdem weiterhin sehr kreativ. Und das Format ist halt einfach trotzdem genial. Hä? Du weißt ganz genau, dass deine Mom auf mich steht. Hä? Allein auf der Eins, featuret euch reich. Ich mach das Ding ganz allein. Bruh, 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 bruh. Ich ging dreimal auf die Eins. Die Tage ziehen vorbei. Sie sagen, Majo, drop ein Album. Es wird langsam wieder Zeit. Wenn ich anfange zu rappen, wird's behindert. Afghanischer Löwe wie Simba. Lass den Bett nur für Fans, Stimme für Platin Casino. Shoutout am Platin Casino. Push uns Limits wie bei Platin Casino. OGs wie Kimo. Ah, jak die Pate, dick am Platin Casino. Platin Casino, bin Hoodrich. Ich bin online auf Platin Casino und jage die Mio's. Kopf kaputt, immer Platin Casino. Platin Casino, Robert De Niro. Platin Casino, King Khalil drückt auf Autostad. Also eigentlich, das kann man in den Topf mit ein Haus für Mama kaufen werfen. Also Platin Casino und dann ein Haus für Mama kaufen. Das, dann noch ein bisschen Rolex. Das ist eigentlich alles gut. Poker Casino. Poker Casino, das ist unser Ding. Und wenn sie uns verhaften, tanzen wir in Unchained. Mit was denn auch sonst? Was ist eigentlich los mit dir? Ja, ja, yum yum shrimp flavor. Ja, ja, please call me later. Ja, ja, rein, rein auf Boost. Ja, ey, screw. Du bist fake wie ein Fake-Profil. King Khalil. Boah, warum dieser Wii-Vergleich? Warum? Du bist fake wie ein Fake-Profil. King Khalils Likes sind Müll wie eine Mülldeponie. Ja, was machst du? Bin in der Street mit Achschuns. Nein, wir spielen kein Stadler am Fluss. Häng den ganzen Tag nur rum auf Coco Jumbo. Und bestell am Tag viermal bei Lieferandum. Nekoliko Sekundi kasnije. Seit Tagen nichts gegessen. Ruf sind Bullebar Pancakes. Egal, das geht's doch nicht, ey. Nochmal, 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 bitte. Das geht... Die hatten doch diesen Granatensong, war das nicht 2020 sogar? Casey Rebel, Summer Jam und Loredana. Mit hier, äh, Destiny's Child Remix. War das letztes Jahr? Oder war das 2019? Oh Gott, ey, ich hab gar kein Zeitgefühl mehr, ne? Ich kenne kein Schlaf, werde nachts und Bandit. Mein Name wird groß geschrieben, Akku Dratti. When you try your best, but you don't succeed. Was? Okay, warte, nochmal. Ich kenne kein Schlaf, werde nachts und Bandit. Mein Name wird groß geschrieben, Akku Dratti. King, Alter. Für mich, eine der heftigsten Lines heute, des heutigen Abends. Das ist doch, das ist so krass. When you try your best, but you don't succeed. Mozart wird auch groß geschrieben. Krank, Leute. Das waren die besten Deutsch-Web-Lines. Ever. Bei uns wird groß-klein geschrieben. Hahaha. Jamie.